so da bin ich wieder willkommen zurück leute wir spielen jetzt keine ahnung das da das ist interessant die ruinen von epilis der elipis affen zögel eine gothic braut und typen mit einer gießkanne hallo mit dieser fleischfritzenden pflanze sollten krankheiten geheilt werden aber sie wächst nicht ja weil du wahrscheinlich kein wasser vielleicht hilft das nicht gut such mir was anderes du brauchst ein schnitzel hier siehst du mit schnitzel geht alles unsere anführerin ist gestorben erschaffe eine neue geeignete anführerin schnitzel königin schnitzel da liegt ein schwert und ein schild sattel deine gruppe von topf und abenteurern für eine legendäre reise aus da darf man eine quest machen mach ich es gleich vogel wo dies vogel baum mehr vogel ich bin schon gewöhnlich füge mein attektiv hinzu damit ich die anderen passe ok da ok damit du zu den anderen passt fliegend nicht hier weg fliegende taube die auf dem boden sitzt schnitzel ähm nicht na gut hier kann man es auch nicht hässlich machen hier kann man es auch nicht hässlich machen ein bisschen gut ja das ist der bunteste vogel der welt den ich je gesehen habe der ist so bunt der ist so bunt wie meine kleidung kristalliner riesiger brustkorb oh gott ist das nicht diese metall äh kristallschädelanspielung ich bin etwas um diese champagne zu studieren los du sollst das schnitzel nehmen nimm das schnitzel bitte ich hab es nicht so gemeint da hallo 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 mehr hallo ist das ein schnitzelbaum mango äh hoch gehört das noch zu dem level oder hängen die das gehört nicht mehr zu dem level ich will hier nicht hin ich mag euch nicht halt die fressafe ich mag dich auch nicht hallo gothic hier ruf mir die kristallerknau um vom könig epilipsis zu finden alles klar bist du nicht du blau grüner pils hier jetzt hab ich die porken ich bin übrigens bond was tut das denn tiki machst du tiki machst du Jetzt bin ich Lila. Das ist absolut dämlich. Jetzt habe ich hier auch geheizt. Gib mir mal irgendwas anderes. Danke. Bäh. Angst. Ich bin richtig ritterlich. Stirb. Stirb weiter. Golden Acrylis. Ultraschallgerät. Cooler Tänzer. Okay. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Aber hier fehlt doch noch ein Knochen wahrscheinlich. Hier ist eine Kristallkugel. Ach du scheiß Weib. Wo finde ich den denn? Äh. Aha. Hier haben wir das Rückgrat verdient. Ich habe es gewusst. Da. Wahrscheinlich fehlt noch eins, ne? Jetzt habe ich sie gesehen. Oh, das war gemein. Was hat der da in der Hand? Okay. Jetzt puszt sie hinter mir her. Okay. Gut. Ich stelle meine andere Gruppe zusammen. Los geht's. Scribble Quest. Oh Gott. Das ist so die Klischee-Abenteurer-Gruppe. Rette den Abenteurer auf eine epische Aufgabe. Früste den Krieger mit einer Waffe aus. Natürlich der große Barbarenkrieger, der Waldläufer Aragons-Style, der dunkel gekuttete Magier und die obligatorische Heilerin. Wie sich's gehört. Na gut, du kriegst ne Waffe. Du kriegst Baseball-Schläge. Schläge. Schläge. Nein. Den legendären Baseball-Schläge. Aushaltende. Herablassende legendären Baseball-Schläge. Der Gauner verhält sich lieber abseitspunktfähig. Gib ihm eine Waffe, mit der er aus Distanz angreifen kann. Oh, ganz klassisch. Ähm, also so ein Mittelalter-Fantasy-Welt. Da braucht er ne Laser-Kanone. Oh nein, Moment. Der Gauner kriegt einen Flammenwerfer. Hier. Los geht's. Gut. Der Hexenmeister ist eine... ganz besondere Ausrüstung. Du kriegst ein Pflaster. Hier. Und ein Pflaster. Hier. Nicht gut. Na gut. Der ist sowas wert. Äh. 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 Heilendes. Was? Mit was heilt man denn? Äh. Äh. Heilendes Kaugubi. Hier. Let's go. Du hast jetzt dem Hexenmeister in der Klobbrille gestrahlt. Gib ihm die Klo... Gib ihm die Klobbrille zurück. Hier. Steine. Lass das Krumm hier weg. Gut. Äh. Dann. Bekommst du... Hier hast du einen heilenden Bleistift. Sehr gut. Jetzt wird Zeit für die Quest. Ja. Pff. Gib ihm die Klobbrille. Los. Alle brennen sie. Nimm den Bleistift. Nimm den Bleistift. Nimm den Bleistift. Ich find das so dämlich. Wo habt ihr die Raketenwerfer her? Hab ich gesagt. Gib den Raketenwerfer mit. Das... I love this game. Ja, jetzt... Jetzt kriegt ihr vom Baseball Schläger, weil ihr seines Herabloss. Ihr habt jetzt voll Pech. Was ist eigentlich das da? Olympischer... 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 Den nehmen wir mit. Oh. Sehr gut, Jungs. Ich bin stolz auf euch. Gott, das geht auf die Stimme. Er will nur falsch. Geh zu Lilly. Na gut, geh mal zu Lilly. Hallo, Lilly. Hallo, Lilly. Ich habe was für dich. Es ist klein. Seit fünf Ecken. Und es ist kein Twix. Wer bist du? Geh weg. Hallo, Weihnachtsmann. Der Eiskönig. Was tut ihr hier? Geh weg. So. Weil ich kurz mal meine Stimme schonen muss, würde ich sagen, das war es jetzt mal. Mein Name ist Gotthalk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Bye. 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 Okay, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020